Was haben denn deine Eltern dazu früher gesagt? Du hockst halt den ganzen Tag nur in der Wohnung. Es wird zwar die Konsole gekauft, aber dann will man sich da nicht unbedingt noch mit auseinandersetzen. Mir fällt gerade ein, meine Mutter hat einmal mit mir FIFA gespielt. Und es hat mir aber ja nicht geschadet, oder? Weiß man nicht. Gunnar, du musst doch mal rausgehen. Deine Augen sind schon ganz viereckig. Wie sieht das hier aus? Räum doch mal auf. Sonst nehme ich dir die Konsole weg. Gunnar, erst Hausaufgaben machen. Dann wird gespielt. Ja, solche Sätze haben wir wohl alle als Kinder gehört, ne? Für noch mehr Kindheitserinnerungen bleibt dran, denn darüber reden wir heute. Wie ihr in meiner Brillanten-Imitation gemerkt habt, genießen Videospiele jetzt nicht den besten Ruf bei manchen Eltern. Dabei verbessern sie die Medienkompetenz, steigern kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel logisches Denken, oder auch motorische Begabungen, wie Reaktionsgeschwindigkeit. Ha, und den fang ich auch. Ja, und drinnen sitzen ist ja nun auch nicht immer schlecht. Während des Lockdowns sind Online-Spiele vor allem auch für Kinder zu einer der wenigen Möglichkeiten geworden, Freunde zu treffen. Man trifft sich zum Spielen und Quatschen. Und da Landesgrenzen hier keine Rolle spielen, lernt man im besten Fall nebenbei auch noch Englisch. Hey, what's up? Nicht nebenbei, sondern ganz absichtlich sollen Lernspiele Kindern verschiedene Dinge beibringen. Lesen, schreiben, rechnen, Fremdsprachen. Hallo, bonjour. Hola, bonjour. Und noch vieles mehr. Für all das gibt es inzwischen Spiele-Apps. Aber schon vor Smartphone und Tablets haben Games uns die Welt erklärt. Egal ob am Familienrechner oder unserem ersten eigenen Computer. Spiele, die uns in unserer Kindheit begleitet haben, vergisst man einfach nicht so schnell. Das erste Spiel zum Beispiel, was man sich vom Taschengeld gekauft hat, das erste Mal cheaten, der erste Ragequit. Einen Trip down the Memory Lane in Spielform bietet The Gardens Between. Ähnlich wie wir jetzt gerade, durchleben die beiden ProtagonistInnen Kindheitserinnerungen. Wir steuern dabei nicht sie, sondern die Zeit. Ja, nochmal die Zeit zurückdrehen und Kind sein, ne? Ja, das wär's. Aber zum Glück gibt es genug Spiele, die uns das machen lassen, was wir mit der Kindheit verknüpfen. Dort werden wir zu schwertkämpfenden Prinzessinnen in Child of Light, lassen uns in Ni No Kuni von einer sprechenden Puppe mit auf Abenteuerreise nehmen, verkleiden uns in Costume Quest oder malen uns in Hugh die Welt, wie die, wie die, wie sie uns gefällt. Aber auch in Spielen ist Kindheit nicht immer nur rosig. In Limbo suchen wir nach unserer Schwester, fliehen in InSight vor einer unbekannten Bedrohung, puzzeln uns in Shady Part of Me ein Weg aus dem Schatten oder stellen uns in Little Nightmares unseren Ängsten und wachsen an ihnen. Nicht nur wir sind mit Spielen erwachsen geworden, oft sind wir auch dabei, wenn unsere Figuren ihr Coming of Age erleben. Achtung, Spoiler! Dafür müssen Kids in Spielen von jetzt auf gleich Verantwortung übernehmen, schwere Schicksalsschläge durchleben oder moralisch schwierige Entscheidungen treffen. Naja, oder einfach ein magisches Schwert aus einem Stein ziehen. Ja, Link hat's gut, ne? Der kann einfach wieder jung werden, wenn er will. Aber das Schöne an Spielen ist ja, dass wir nie zu alt für sie werden. Ja, und dass ich jetzt mein Geld mit Videospielen verdiene, das hättest du nicht gedacht, Mutter, ne? Meine beiden Gästinnen verdienen ihr Geld ebenfalls mit Videospielen. Medienpädagogin Christiane Schwinge, schön, dass du da bist. Was macht dich denn eigentlich zur Expertin für Kindheit und Videospielen? Ich bin wahrscheinlich, weil ich Medienpädagogin bin und schon seit ziemlich langer Zeit mich mit digitalen Spielen beschäftige, also auch dazu arbeite, Workshops gebe und eben gucke, wie kann man Medienkompetenz in dem Bereich auch fördern. Und ja, also digitale Spiele und meine Arbeit sind halt ganz eng miteinander verbunden. Und ich habe auch mal zu dem Thema geforscht. Eine Weile habe ich auch in der Wissenschaft gearbeitet. Oh, da wollen wir gleich mehr zu wissen. Wir müssen aber eben noch unsere andere Gästin vorstellen. Maureen, Streamerin. Woher könnte man dich denn kennen? Ja, ich glaube in erster Linie durch Streamen auf Twitch. Früher durch Cosplay. Und ja, ich zocke auch schon eigentlich mein Leben lang. Ja, da sind wir schon beim guten Punkt. Mein Leben lang. Was haben denn deine Eltern dazu früher gesagt? Tatsächlich fand ich das gar nicht so schlimm, weil mein Dad ist ITler. Und deswegen hatten wir immer einen PC zu Hause. Und ich saß schon mit drei Jahren gefühlt irgendwie vor dem PC und habe da irgendwelche Sachen gemacht. Und deswegen bin ich halt damit aufgewachsen. Mein Dad hat mir Spiele empfohlen und das war überhaupt kein Problem zu Hause. Gott sei Dank. Und was würde dein Kindheits-Ich jetzt sagen, wenn sie erfahren würde, ey, später mache ich eigentlich genau das Gleiche wie heute? Ähm, ja, also ich glaube, ich würde es gar nicht glauben. Weil gerade, dass ich damit auch Geld verdiene, so, das ist ja ein Megatraum für viele, die halt gerne zocken damit noch seinen Lebensunterhalt verdienen es ist schon geil Wie war das bei dir, Christiane, früher? Ich hab wenig gespielt, ich hatte auch mit Anfang 20 erst meinen ersten Rechner gehabt, als ich angefangen hab zu studieren ansonsten hat das viel bei Freundinnen stattgefunden und bei meinem Cousin, der Gameboy der war sehr wichtig Der tragbare Gameboy ist da und jede Menge Spiele zum Auswechseln Wir werfen mal Communityfragen jetzt mitten rein in die Sendung Wir haben nämlich dazu passend eine Frage von Alphasen, wie viel Nerd muss in einer Medienpädagogin stecken, damit man bei so einem Thema überhaupt ein Standing bei den Kids haben kann? Mittelfiel würde ich sagen weil es tatsächlich wichtiger ist, dass man denen einfach mal zuhört, so platt das klingt aber oft, wenn ich irgendwie in der Schulklasse bin zum Beispiel und dann sprechen wir halt über Spiele, was genutzt wird und so, dann ist es meistens das erste Mal, dass ein erwachsener Mensch mit denen darüber spricht und nicht problembezogen, sondern einfach Hey, was kennt ihr? Was macht ihr gerne? Das heißt nicht, dass vielleicht auch mal die ein oder andere kritische Nachfrage kommt aber das ist total wichtig also das ernst zu nehmen und den zuzuhören und sich darüber auszutauschen und natürlich kenne ich einige Sachen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich alles ausprobiere, was mir irgendwie Jugendliche erzählen, was sie gerade spielen aber ich würde sagen, ein bisschen Nerd ist auf jeden Fall gut, aber es muss, man muss auch kein Super-Nerd sein, um medienpädagogisch irgendwie da ins, ja so einen guten Zugang zu haben Reden da Eltern zu wenig mit ihren Kindern? Ich glaube, das ist auf jeden Fall so mehr geworden ich mache das da schon eine Weile und ich beobachte so, dass die Gespräche häufiger stattfinden aber es ist oft so ein bei vielen immer noch so ein leidiges Thema so, es wird zwar die Konsole gekauft, aber dann will man sich da nicht unbedingt noch mit auseinandersetzen und dann noch so drüber sprechen oder man denkt man versteht nichts und lässt sich das aber auch vielleicht nicht erklären, so. Eigentlich super simpel. Also ich muss ehrlich sagen, meine Eltern waren jetzt auch nicht so mega begeistert Ich habe gerade einen, meine Mutter hat einmal mit mir FIFA gespielt Ja Wo bin ich denn? Moment, wo ist denn meiner jetzt? Genau, und sehen halt so wie kompliziert das ist Ich glaube, das unterschätzen auch viele die noch nie jetzt FIFA an der Playstation gespielt haben das ist so, ja, krass und dann ist das Spiel schon vorbei und man hat gerade mal drei Schritte gemacht oder so aber da ins Gespräch zu gehen und sich das zeigen zu lassen und auch tatsächlich mal mitzumachen es geht ja nicht darum, dass man super gut ist aber sich dafür zu interessieren was die Kinder halt machen Mau, wie ist das denn bei dir? Kommst du denn öfter mal in Vorurteilen irgendwie in Begegnungen? Ja, also natürlich, klar also gerade, ich meine meine Familie selbst, die ist da halt super offen aber natürlich so fernere also ein bisschen so Onkel, Tanten die verstehen das schon nicht so ganz und auch so Leute, denen ich das dann so erkläre womit ich mein Geld verdiene dann ist sowieso vorbei also das ist dann immer so Hä? Wie du verdienst Geld damit? Verstehe ich jetzt nicht so und zocken wird halt sehr oft so also ist natürlich mit sehr vielen Vorurteilen behaftet Was sind da so die typischen Klischees die dir so entgegenkommen? Ja, du hockst halt den ganzen Tag nur in der Wohnung zockst von morgens bis abends machst nichts anderes hast keine Sozialkompetenz obwohl das ja überhaupt nicht stimmt gerade durchs Zocken hat man ja zum Teil auch gerade so das, was einem vielleicht im Real Life so ein bisschen fehlt so an Freunden findet man online ja auch super schnell und das kann ja was Schönes sein aber das verstehen halt viele nicht Und was machst du jetzt Christiane wenn so Eltern auf dich zukommen? Wenn die was fragen oder was? Wenn die mit so Klischee jetzt ist es nur zu Hause rum Ja Boah, das ist eine gute Frage also generell immer so ein bisschen zu versuchen das mal so ein bisschen aufzuweichen weil wenn ich dann schon höre irgendwie die Kinder daddeln die ganze Zeit das ist so ein Begriff da hätte ich schon immer so das bin ich schon so angespannt weil das ist das wird benutzt weil das so ganz das wird so ganz stark abgewertet und dann mal zu sehen das ist jemand der beschäftigt sich mit einer Sache intensiv und hat da Bock drauf und es macht Spaß und es ist jetzt in den letzten Monaten ja auch ein bisschen so ein Segen gewesen dann konnten die Kinder mal spielen dann war das wieder ein bisschen vielleicht ein bisschen lieber gesehen so aber ja dann nochmal darauf einzugehen dass es halt auch ein Medium ist dass ja das Spaß macht dass viele Sachen auch irgendwie Geschichten erzählt und so weiter also da immer versuchen auch das so ein bisschen so neu in Perspektive zu rücken aber ja dieses oh daddeln das ist ganz schlimm daddeln ja richtig schlimm also gibt es durchaus auch positive Effekte die Videospiele mit dir haben können ja bestimmt also ja gibt es auf jeden Fall ich bin immer so ein bisschen zögerlich bei dieser Frage weil ich finde immer so warum müssen Spiele was also warum müssen die so viel können müssen haben Filme oder Bücher auch positive Effekte ja auf jeden Fall ja genau aber da muss man das nicht permanent so erklären das finde ich immer so ein bisschen schwierig ja natürlich die bekannte also Hand-Auge-Koordination so dieses Ganze ist natürlich lernt man dadurch Sachen zu koordinieren oder halt auch diese ganzen Sozialkompetenzen das ist ein riesiger Bereich ja manche Sorgen sind aber ja nicht komplett unbegründet es gibt ja auch Fälle wir haben nämlich eine Frage von Chiara the Alpaca offensichtlich eine Alpaca was uns geschrieben hat die will wissen was macht man bei einer Spielsucht kann man dem Kind oder Jugendlichen irgendwie helfen das ist natürlich eine richtig ordentliche Frage also nicht so leicht zu beantworten aber kannst du vielleicht was anreißen ja ich hole ein bisschen aus ja also zum einen ist es wichtig da nochmal zu unterscheiden gibt es jemanden der einfach viel spielt da spricht man halt von exzessiver Spielenutzung und es gibt halt im Jugendalter gibt es zum Beispiel viele exzessive Phasen man will Sachen mal richtig krass ausprobieren man will sich auch so ein bisschen von den Eltern abgrenzen und so und das ist eine Phase die ist dann halt irgendwie mit 13, 14 so auf dem Höhepunkt dann geht das auch wieder vorbei und das ist halt so ein relativ normaler Verlauf in Anführungsstrichen und dann gibt es halt ja auch sowas wie die sogenannte Gaming Disorder wo man wirklich so viel spielt und sich das nicht mehr aussuchen kann ob man das machen möchte oder nicht das hat nichts mehr mit Genuss zu tun man hat keine sozialen Kontakte mehr wird vernachlässigt die stark kann nicht mehr zur Schule gehen zur Arbeit und so weiter und für die Menschen gibt es zum einen so Anlaufstellen wie die Suchtberatung beziehungsweise für Angehörige oder Eltern oder so weil die Menschen die haben ja auch einen hohen Leidensdruck aber können sich vielleicht trotzdem nicht um sich selbst kümmern das ist auch wichtig zu wissen und es gibt auch in Kliniken mittlerweile so Einrichtungen extra für Menschen die halt sehr also abhängig sind von Spielen und da macht man dann halt in der Regel eine Therapie weil das mit so vielen persönlichen Faktoren zusammenhängt warum man so viel spielt das hat nicht nur mit dem Spiel zu tun also es ist ein ganz kleiner Faktor es hat mit ganz viel anderen Punkten zu tun die man so mitbringt ist das dann so ein kompletter kalter Entzug oder versucht man so langsam runterzukommen das kann ich dir nicht genau sagen aber ja man wird auf jeden Fall nicht spielen du musst ja auch die Leute fit dafür machen dass die hinterher wieder im Alltag die ganze Zeit mit Rechnern und Handys und also sozusagen den Einstiegsdrogen wieder in Kontakt sind und ja auch trotzdem ihr Leben damit leben müssen darum geht es halt auch da so einen Umgang mitzufinden und aber ja man muss auf jeden Fall mit dem Spielen aufhören wie kann man dem denn noch vorbeugen ja zum einen bei den Eltern wenn jetzt Eltern sich dazu entschließen dass es irgendwie eine Spielekonsole gibt oder so dass man halt so Alterskennzeichnungen beachtet das ist schon mal gut wenn ein achtjähriges Kind nicht 16er Titel spielt ja ja genau aber das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Richtschnur natürlich was man dann im Endeffekt selber macht ist natürlich noch was anderes und dann gibt es halt auch noch so Spieleempfehlungen weil eine Alterskennzeichnung heißt ja nicht dass es pädagogisch wertvoll ist sondern nur dass du halt wenn du in dem Alter bist dann keine Schäden davon trägst Gehen denn persönlich irgendwelche Erfahrungen gemacht aus eurer Kindheit die jetzt positiv oder negativ die mit Spielen zusammenhängen wo ihr sagt ja den möchte ich nicht vermissen oder das war vielleicht nicht so gut also wenn man gerade im echten Leben so ein bisschen Probleme hat mit Freunden finden oder dass die gar nicht so das gleiche Interesse haben da habe ich damals auch online Freunde gefunden die dann auf einmal meine Interessen hatten und das hat mich so gefreut weil ich halt immer dachte boah ich passe irgendwie gar nicht so rein so ich finde niemanden mit meinen Interessen so das interessiert mich alles nicht ich gehe nicht gern feiern ich gehe nicht gern trinken das war alles nichts für mich und online habe ich die dann alle gefunden so gerade so in der Pubertät war das halt ganz stark bei mir dass ich dann auch sehr schnell so reingerutscht bin dass ich wirklich alles vernachlässigt habe so Schule Real Life Freunde Kontakte Bewegung so alles habe ich super vernachlässigt und habe dann Gott sei Dank halt die Kurve bekommen ich bin auch fast sitzen geblieben aber habe dann halt selbst gesehen scheiße ich muss irgendwas machen ich kann nicht sitzen bleiben es geht nicht ich habe wirklich auch kalten Entzug gemacht habe alles deinstalliert aber ich meine nicht jeder ist halt so nicht jeder kann das und wenn da nicht die Eltern irgendwie auch vielleicht unterstützend helfen dann ist es glaube ich schwierig dann schafft man das vielleicht auch nicht so aber das ist halt eine ganz große Gefahr klar gerade wenn man so in der Findungsphase ist und so dann denkt man oh nee das ist jetzt aber wichtiger warum soll ich zur Schule gehen warum soll ich mich darum kümmern wenn ich hier gerade Spaß habe und Freunde habe und so ja ist halt gefährlich war bei mir auch mal so ich hatte mal so ein Browserspiel gespielt und dann habe ich mir wirklich nachts weil so ein Marktplatz es hieß glaube ich Gang Wars nachts so ein Marktplatz hat immer geöffnet dann habe ich mir immer nachts so einen Wecker gestellt weil dann die neuen Sachen auf den Markt kamen wo man dann am Ende gedacht hat Alter was geht mit dir ab und dann habe ich tatsächlich einfach mein Passwort geändert in so etwas ganz Kryptisches was ich mir nicht merken kann und dann habe ich gesagt ich will das nicht mehr spielen weil ich gemerkt habe oh Gott oh Gott jetzt drifte ich ja gerade ab und jenseits von Freunde kennenlernen also ich habe zum Beispiel auch ein bisschen besser Englisch dadurch gelernt also ich hatte damals auch das war so ein Laptop so ein Lernlaptop damit habe ich viel viel lieber gelernt als irgendwie so normal weil das halt irgendwie mega viel Spaß gemacht hat Lerncomputer sind das Coole machen clever Spaß auch für die Schule ob Business Quiz oder Mathe Fun sogar mit Englisch bist du dran gerade was mit dem Englisch das ist glaube ich bei vielen so also ich glaube die meisten die ich kenne haben so Englisch gelernt gar nicht so krass durch die Schule weil man es da halt nicht so praktiziert so da hat man halt bestimmte Stunden und die sind dann aber auch schnell wieder vorbei aber gerade online bei Spielen gerade bei Online-Spielen so da musst du halt zum Teil Englisch können oder halt lesen oder auch schreiben oder so das ist dann ich glaube so lernt man das viel 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 schneller auch wenn man es halt auch benutzt so ja ja ich habe durch das Spiel Toonstruck zum Beispiel auch sehr viel gelernt kennst du das wo Christopher Lloyd durch so eine Comic-Welt läuft nee ich glaube nicht das sollte die das ist immer noch sehr sehr gut und witzig Toonstruck er war so ein Comic-Zeichner Christopher Lloyd hier von Zurück in die Zukunft war so ein Comic-Zeichner und musste dann so point-and-click-mäßig Sachen ja wir wollen auch ein bisschen mehr in der Erinnerung schwelgen und haben mal so eine Top 5 zusammengestellt mit Spielen die eigentlich jedes Kind gespielt hat diese fünf Spiele begleiten Kinder seit Generationen beim Aufwachsen auf Platz 5 Pokémon als ich klein war konnten wir uns zwischen der blauen und der roten Edition entscheiden die Kids von heute haben da wesentlich mehr Auswahl denn mit den Jahren kamen immer neue Pokémon-Spiele auf den Markt und so hat jede Generation ihre eigene schwere Entscheidung zu treffen Mit unserem Platz 4 sind schon viele groß geworden damit meinen wir nicht nur Kids sondern auch einen bekannten deutschen Let's Player der Minecraft seinen Erfolg verdankt Hallo mein Name ist Gronk Für viele gehören seine Videos wahrscheinlich genauso zu ihrer Kindheit wie das Game selbst Platz 3 geht an Mario aber nicht irgendein Super Mario Spiel sondern Mario Party Über viele Konsolengenerationen hinweg hat die Fusion aus Brett und Videospiel nicht nur Controller sondern auch Freundschaften zerstört aber wer braucht die schon wenn man auch gegen die CPU spielen kann würde das bei echten Brettspielen doch nur auch gehen Von all den Spielen für die wir als Kinder eigentlich noch zu jung waren ist Tomb Raider wohl am harmlosesten und verdient sich deshalb unseren Platz 2 Dabei ist es nicht wirklich harmlos aber zumindest dachten meine Eltern das früher Auch die neuen Teile faszinieren junge GamerInnen mit Grabstätten voller kniffliger Rätsel aber geballert wird natürlich auch Deutlich harmloser aber nicht weniger schwer sind da die Tempel aus dem The Legend of Zelda spielen zusammen mit packenden Geschichten rund um einen Helden der das Land und seine Prinzessin wieder und wieder vor dem Bösen retten muss ist unser Platz 1 wohl die Spiele-Serie die jedes Kind gespielt haben sollte Ja fehlt da vielleicht ein Spiel für euch Was ist denn euer persönliches Lieblingsspiel aus der Kindheit dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare Gibt es denn für euch auch Spiele die ihr in eurer Kindheit gespielt habt zu denen ihr gerne zurückkehrt also die ihr immer mal wieder rauskramt und sagt jetzt spiele ich manche spielen ja jedes Jahr glaube ich irgendwie Day of the Tentacle hab ich mal gehört Ja auf jeden Fall wie gesagt Pokémon so das ist einfach auch so Nostalgie irgendwie ja und auch so das sind sehr viele Spiele die man so von früher kennt Sims auch also das hab ich früher auch so viel gespielt und heute auch das macht halt einfach Spaß und die Spiele entwickeln sich ja auch weiter ja also wenn ich die alten hätte würde ich die wahrscheinlich auch nochmal spielen auch von Pokémon und so würde ich auch gerne mal auf dem Gameboy spielen aber leider hab ich den nicht mehr aber klar dann verbindet man natürlich auch viel mit ich mach das glaube ich eher nicht aber ich hab letztens nochmal hier drüber nachgedacht was hab ich eigentlich gerne gespielt und dann ist mir nochmal eingefallen vielleicht kennt ihr das auch wahrscheinlich nicht es gab so ein Muppets Rennspiel wirklich Muppet Race Mania oder irgendwie sowas und das muss ich das hab ich dann nochmal geguckt ich glaub man kann es kaum noch kaufen aber das würde ich gerne nochmal spielen weil das war so witzig man ist halt mit den Muppets in so kleinen Rennautos durch die Gegend gefahren ist das so wie Mario Kart dann ja genau Mario Kart irgendwie anders auf der Playstation ey Muppets Mario Kart hat mich sofort würde ich gerne spielen auch heutzutage vielleicht ein bisschen besserer Grafik als Playstation und ich glaub gibt's sonst Muppet Spiele ich weiß es gar nicht super speziell und das ist mir letztens wieder eingefallen dass ich das irgendwie nochmal gerne spielen würde aber so ein Muppet Spiel liegt ja auch nah eigentlich voll aber ich kenn keins wir haben noch eine Community Frage von Cyber Blitzbirne gab es in ihrer Kindheit ein Spiel das sie aus heutiger Sicht lieber nicht oder erst viel später gespielt haben sollten und warum ja also ich selbst nicht aber mein Bruder der ist fünf Jahre älter und der hat Counter-Strike gespielt mit viel auch viel zu jung und ich hab halt immer ich stand halt immer hinten und hab halt geguckt so und hab mich dann immer rausgeschickt so aber ich glaub ich selbst tatsächlich gar nicht also ich hab immer Spiele gespielt die so für mein Alter eigentlich auch angemessen waren da hab aber auch meine Eltern viel drauf geguckt so bei meinem Bruder leider nicht anscheinend aber bei mir dann auf jeden Fall ich kann mich da auch nicht dran erinnern und ich war auch immer so ich war immer so ziemlich ängstlich also ich hab auch keine gruseligen Filme oder sowas geguckt das war ja auch immer so Mutproben mäßig irgendwie so Horrorfilme oder sowas das hab ich auch nie gemacht weil ich dachte nee gruseln oder so nee das hat mich irgendwie gar nicht gereizt tatsächlich ja ich hab viel zu viel so Horror und Shooter gespielt mein Bruder hat zum Beispiel Quake 2 uns installiert war wir viel zu früh ich wusste auch nicht wie das geht und dann hat der aber da so lustige Skins für runtergeladen das war dann nicht mehr ganz so schlimm aber eigentlich war ich viel zu jung für sowas und es hat mir aber ja nicht geschadet oder? das weiß man schon gibt es denn Spiele die ihr früher gerne mochtet und wo ihr heute sagt ei 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 hätte ich wie konnte ich das nur gut finden hätte ich das mal nicht gespielt? ja jein also es ich bin so in diese Online-Welt bin ich durch ein MMO gekommen Nostale das da weiß ich nicht also heutzutage denke ich wie konnte ich das spielen weil die Grafik und allgemein so es war halt es war halt cool weil gemeinschaftlich so irgendwie weiterzukommen und so Gilden zu haben und so aber heutzutage ich hab einmal reingeguckt und war so nee gar nichts mehr für mich so aber ich glaube aus manchen Sachen wächst man dann halt auch einfach vielleicht raus oder die Geschmäcker verändern sich natürlich auch einfach ich hab früher sehr viele so Sportspiele gespielt von so Sportarten wo ich dachte okay wieso hab ich das denn gemacht das finde ich aber ist jetzt ja nicht so schlimm glaube ich ja wenn es dann gefallen hat aber heute würde ich das glaube ich auch nicht mehr anpacken so richtig langweilige Sachen wir hatten früher auch einfach nicht so viel da musste man einfach alles nehmen ja genau und wir hatten ja nichts wir hatten ja nichts genau gibt es denn Spiele die ihr jetzt gerne spielt und wo ihr sagt ja gebe ich vielleicht nicht so gerne zu das ist eigentlich nicht altersentsprechend was ich hier gerade mache so dass ihr also ihr seid ja jetzt ja erwachsen also dass ihr jetzt irgendwelche Kinderspiele heute zu ich glaube viele spielen Spiele die nicht unbedingt in die Altersgruppe gehören so Pokémon ganzen Mario Spiele Sims Animal Crossing und so das ist ja eigentlich nicht für Erwachsene aber wenn man damit aufgewachsen ist dann hat man da halt so eine andere Verbindung zu und dann auch so Harvest Moon gab es ja damals und jetzt gibt es dann irgendwie so andere Spiele die dann so auf der gleichen so ähnlich sind und ja aber ich finde das auch okay so ist ja nicht schlimm an sich so ich finde es auch cool wenn man dann vielleicht sogar seinen jüngeren Geschwistern irgendwie wenn man da einen Bezug zu hat dann ist das ja cool wenn man mit denen drüber reden kann auch mir fallen eigentlich auch nur die Mario Spiele ein und dieses Tods Treasure Hunter wie es heißt und alles mit Yoshi ist natürlich auch immer immer sehr gut Yoshi's Woolly World stimmt ja das ist ja auch so flauschig und schön das ist halt einfach so aber warum soll das nicht für Erwachsene sein also Altersbeschränkungen nach unten gehört abgeschafft gibt es auch gar nicht ne es gibt ja auch viele Spiele wo man wieder ein Kind spielt und so eine Rolle von einem Kind schlüpft fällt euch da eins ein wo das besonders gut funktioniert ja also ja obwohl man schlüpft nicht unbedingt in die Rolle des Kindes aber zum Beispiel It Takes Two da sieht man schon die Rolle des Kindes man spielt es halt nicht aber da sieht man halt so ein bisschen ist halt sehr realitätsnah so zum Teil das Zauberbuch ja wie nee ja gut das schon aber so halt worum es halt allgemein geht so vom Thema her man spielt ja oft auch Kinder auch so was halt okay ich weiß nicht Life is Strange Kind Jugendlich so ja doch in vielen Spielen gerade so Storygames glaube ich auch ne ja was sind denn für euch so Spiele wo das Erwachsenwerden vielleicht gut dargestellt wurde Life is Strange ist natürlich passend ja ja schon doch ja ich fand zum Beispiel Gone Home fand ich ja das wollte ich auch tatsächlich alles gut sag du ich finde es bei Gone Home das spielt ja auch Mitte der 90er und da war ich ja selber Teenagerin und auch so so die das ganze das ganze Umfeld und so da kann ich das ist halt total da kann ich total daran anknüpfen und halt auch mit Mixtapes und keine Ahnung Postkarten die da versteckt sind und Briefe und so und halt die Themen die da verhandelt werden und wie sie verhandelt werden das ist halt finde ich richtig schön das finde ich also sehr sehr Coming of Age mäßig und sehr gelungen ja ich glaube allgemein auch einfach Spiele wo man viele Entscheidungen treffen muss wo man Verantwortung hat und das ist halt so mit dem Erwachsenwerden kommt das ja auch ja ich wollte jetzt nochmal The Walking Dead Teil 1 in den Raum werfen ja hab ich halt in die in die da spielt man auch so ein kleines Mädchen eigentlich spielt man Clementine oder spielt man den anderen ja man spielt eher eigentlich den Typen den Typen aber man wie heißt er denn nochmal ich überlege auch gerade Clementine ja hey Clementine hey Lee 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 ok ja aber man man trifft ja auch Entscheidungen für sie also man trifft ja immer wieder auch Entscheidungen für andere aber stimmt das ist natürlich auch da kriegt man auf jeden Fall das Erwachsenwerden ganz gut mit vor allem gegen Ende mhm und auch das Elternwerden auf eine Art ja oder Verantwortung übernehmen spielen denn Kinder anders als Erwachsene das ist eine schwierige Frage ich würde sagen noch ein bisschen so lustvoller also die haben sind noch viel begeisterungsfähiger weil die ja auch viele Sachen zum ersten Mal überhaupt machen ist ja wenn wir jetzt irgendwie ein Spiel finden dass man richtig einen wieder so richtig umhaut das ist ja jetzt nicht jede Woche so der Fall aber bei Kindern die lernen ja alles noch neu kennen ich glaube das ist natürlich ein Riesenunterschied und ähm äh ansonsten so aus meiner Arbeit weiß ich halt es gibt Kinder die sind halt auch so die haben auch überhaupt keine Frustrationstoleranz die haben dann auch keinen Bock sich da rein zu fuchsen dann probieren die halt was anderes aus ich meine das ist ja ähnlich wie bei Erwachsenen dass die dann auch so langsam herausfinden was denen Spaß macht und so und ähm ja aber so diese Begeisterungsfähigkeit ich glaube das ist nochmal was ganz anderes im Kindesalter hat sich das bei euch groß gewandelt? ja schon also mittlerweile ich glaube weil der Markt auch so riesig ist und weil man so viele Alternativen hat dass man ich hab das zum Teil dass ich dann super schnell so bin okay nee dann spiel ich jetzt lieber was anderes und als Kind ist man so nee ich muss da jetzt zum Ende und ich will das durchspielen und vielleicht auch auf 100% natürlich gibt es auch Erwachsene die das machen so aber ich hab halt gemerkt so mit der Zeit vielleicht auch durch Streamen ich weiß nicht dann dass ich schnell vielleicht mal die Lust verliere und sage okay nee es gibt ja noch 100 andere Spiele die ich spielen kann so ich hab das ganz oft wenn ich irgendwie so irgendwo nicht weiterkomme dass ich sage ja ich probiere das morgen nochmal und das passiert dann aber nicht und das passiert auch nicht übermorgen ja weil man dann wieder was anderes auch hat ja das stimmt ja und man man hat ja auch nicht mehr so viel Zeit zur freien Verfügung und da muss man natürlich ganz genau auswählen jetzt auch wirklich das beste Spiel auszuwählen so ne was sind denn so die größten Veränderungen die ihr so miterlebt habt habt seit der Kindheit bei Videospielen so die ganzen Storys die sich so entwickelt haben und das ist halt ich meine wir haben über Life is Strange gesprochen wir haben über Gone Home gesprochen oder wenn man so denkt an What Remains of Edith Finch sind alles weibliche Protagonisten also Protagonistinnen und das finde ich halt auch richtig cool es ist halt einfach nochmal anders zum Anknüpfen das gab es früher gar nicht ich glaube weil also die Welt hat sich ja auch verändert und so die Themen die halt wichtig sind und auch Ansichten allgemein und ich glaube so haben sich die Spiele natürlich auch verändert also ich glaube so gerade so weibliche Protagonisten die gab es halt damals irgendwie gar nicht so viel und ich glaube dass das natürlich also wo sich so in der Welt was ändert das ändert sich natürlich auch das wird dann thematisiert und so in Spielen auch oder Streams auch das gab es ja früher auch ja stimmt was hättet ihr denn gerne als Kind schon gemacht also Stream vielleicht jetzt nicht ne ich glaube als Kind ist nicht so ne aber so so als Kind auch mal so das ein oder andere Indie-Game auszuprobieren was irgendwie so eine verrückte Spielmechanik hat oder was Indie-Games gab es ja gar nicht so richtig ne also Indie-Games hatte ich auch gerade so ein Riesen-Riesenergänzung oder irgendwie ja eine interessante so Controller oder sowas halt mal das wäre ich glaube da hätte ich das dass ich gar nicht so viel Auswahl auch hatte weil ich war halt mit den Spielen die ich hatte zufrieden und hab mich dann da auch so richtig rein ne und jetzt ich glaube es ist zum Teil auch nicht so schön wenn dann so viel Auswahl ist und du weißt gar nicht was du als nächstes spielen sollst und so also ich glaube es hat so beides irgendwie Vor- und Nachteile scheiß nicht und es ist auch nicht so dass jeder eine VR-Brille zu Hause hat ne also wenn man so mit den so in Jugendlichen mal so spricht also die haben das vielleicht mal ausprobiert aber die haben das auch meistens gar nicht so zur Verfügung und was mir einfällt wir können es ja heutzutage auch noch spielen ne also das ist ja jetzt nicht alles für Kinder wir können ja auch die VR-Brille jetzt spielen ja klar ja natürlich auf jeden Fall ja das ist doch ein schöner Schlusspunkt vielen Dank dass ihr da wart sehr gerne vielen Spaß gemacht und wir sehen uns auch das nächste Mal wieder schön dass ihr mit dabei wart zu Hause achso Mutter ne wenn du nicht weißt wie man Channels abonniert ne vor allem den hier jetzt dann sag mir mal Bescheid und alle anderen die es noch nicht gemacht haben und die wissen wie es geht dann abonniert mal so klapp wenn die dann die tut 평 die Untertitelung des ZDF für funk, 2017